. 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 an schlomo ähm, und dann pinkeln wir die Büsche und danach genau genau was ich wollte, eine gute Mahlzeit zu bereiten perfekt Wolltest du noch einen Garten anbauen? Hm? Du wolltest noch einen Garten anbauen Wie was? Garten Jaja, irgendeinen anderen Ja Pan de Muerto Wie? Schokokuchen Ja, komm Ist ja nicht sonderlich Mahlzeit Es gibt's vielleicht nicht als Gucken Mahlzeit Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Näääää Gucken Sie zu Gucken verwenden Hä? Ja Hm Ja, okay Ja, ja, ja Ja Ein Tierspiel zu kaufen gibt 50 von diesen Gefetzel Ja 50 Ja Ja Und dieses Gefetzel übrigens Schon wieder Ja 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 Hächtel Hächtel mit Hippi Hui Weil in der Nähe einer romantischen Weil in der Nähe einer romantischen Benutzt sie ja irgendwie Sex um das Eis zu brecken oder was? Ich kenne das sind nur Unsicher Auf jeden Fall Diese Spezialpunkte kann ich eintauschen gegen... Ähm Sorry Wo war das? So Ah Oh 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 Yeah Ah Da Nein Bing Stopp Hier Ja Genau Sofortige Grine Sofortiger Spaß Energiefunk Flirtpunk Flirtpunk Flipszahlen Ich würde jetzt fahren und auf die Pfanne zu verzichten und live zu den... äh... Face-Zeiten Ja, ja, ja Ja, ja, ja Flipsputzer, Sportskanone Stehts Willkommen? Ja Ah Jetzt kann ich mich endlich zuhause benehmen, kochen und so Ja Kaufen wir das doch sofort Ja Kaufen wir das doch sofort Halt's Schingling Wenn das Spiel jetzt von Electronic Arts wäre, dann müsste man die Dinger einzeln mit Geld kaufen Oh, das ist von EA Ja Oh Übrigens, wenn man sich alle Sims Erweiterungspacks kauft und so Ja Zahlt man... Letzt man irgendwie 600 Euro liegen oder so Ungefähr Was ist los? Kann den Ofen kurz allein lassen, oder? Nein Okay Ja Nur kurz die Katze warten Du bist mir egal Du bist mir egal Ah, da ist es ja schon Tadaa Pipi, komm essen! Joke-Brucke Nein, Zunara Ist alles alleine, ja Was? Ein hübsches Sauch als Katzenklo, weißt ja, das ist doch... Das... Guck mir das Vieh Ja Ja, komm Ignorier die blöde Katze einfach Das eine habe ich gar keinen Hunger, was von dem her... Ich bin schon Ja, bitte schön Ich bin schon Ich bin schon Ja Top-Qualität Schlaf mir nass Nein, dann muss ich jetzt schon Erst mal duschen gehen Dann die Kätzchen anfreunden Und dann die Kätzchen anbieten Und dann die Kätzchen anbieten Und dann die Kätzchen anbieten da hat sie es jetzt, oder? ja, endlich! Glück macht der Hund nicht da rein. Gar nichts. Bestes Stecken, dass wir uns das gespäte netten können und Tierfutter kochen. Kann ich was suchen? Dieser Weg ist in den Inneren. Jetzt geht er schon wieder schlafen. Ja, mach halt. Ja, raus. Stopp. Was ist ein blödes? Frage. Obsessed. Wir sind voll fokussiert und konzentriert. Ähm. Ja, versuchen wir das mal mit der Tiermahlzeit. Ja, Tierrezept. Fleischknochen. Und, 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 und. Schau an. Komm, zeig es mir mir. Du scheiß Laser. Warum kann ich die Maus nicht überlegen? Äh, die... Ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht's wieder. Okay, okay. Vielleicht, äh, du bist so kurz ein Standby. Ich weiß es nicht. Schachtisch kaufen. Kann man eigentlich machen, oder? Ja, oder? Ich weiß es nicht. So viel hinterm Haus. Ja, ja. Ja, oder? 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 Ah, ein Bergen voller Liebe, nein, ein Eulus stimmt was, kultige Metallliebe. Stolze Herkunft, ha, nutze die Liste eines charmanten Leibkopfes, die spürt Appetit auf deine erlesenen Haken. Bisschen mit kleinen Tafeln, oder? Okay. Ja, wir wollten Spiele spielen. Schach. Spiele für Kinder. Zuckerschädel Schaukasten, ne? Ja. Schalt dieses Objekt frei, in dem du Jasmin Holiday nach der Dia de los Muertos herausforderung fragst. Okay. Die Gerätengruppe. Ähm, nein, Schachzeug. Nein, Google, halt die Pässe, Google. Hab nicht okay gesagt. Schach. Hm. Einer der Outdoor-tauglich ist, das hier? Ja. Ja. Ja, wobei. Alle nicht so schön, eigentlich. Äh. Knallbonbon. Ja. Äh. Knallbonbon. dann wird es schafft ich also manchmal finde ich die Anordnung der einzelnen Objekte ein klein wenig verwirrend aber manchmal ja komm oh oh also geh in den Dusch rasch ich kann direkt duschen ja Hunger tschau ich sterbe ich warne dich wenn du Möpse Hatsi Arsch Hatsi Hatsi genau gesehen du könntest die Hose auch vorher runter lassen aber ne wer bin ich um Hatsi 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 Oh eine schlaue kleine Katze Hatsi Hä? warum hat Angst gegen Peke? Hey, was ist denn los? Ist doch kaputt. So und du mal. Willst du ihn zuerst trösten oder? Ja, trösten. Kumpel werden. Ja. Und dann essen. Ah. Ah, verdammt. Er ist im Kurs am Leben. Nein, bitte. Oh nein. Das ist falkulierend. Hier unten müsstest du sie mit links anklicken, wenn ich sie ausreden will. Und mit rechts verfolgen. Und hier ist es der Hungerkehlt. Du musst sie mit rechts anklicken, wenn ich sie ausreden will. Und ja. Also wieder, dass du was bist. Ein Stück nehmen, gut. Und naja. Oben genau nicht. Ich bin bei dir. Kumpel. Komm, das können wir auch. Komm, das können wir auch. Ja. Sehr konzentriert. Skimbo, Yongee. Hohoho. Ermwui? Rathlon? Komm! Komm! Piu! Piu-piu-piu! Was macht der denn? Geht die? Das geht manchmal und dann lieber mit. Oh ja, das geht. Oh, cool. Oh, aber ich fliege mal. Der Hund hat wirklich Angst vor dem Computer. Ja, ja. Und ich musste immer noch nicht schlafen. Wie geil. **** Warte das darf ich. Nein, nein. Nein 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 nein. Das ist falsch! So falsch! Ne. Das ist ja nichts. Ich mach nichts. Siehst du? Nein ich hier den! Oh mein Gott! Was? nein, ich bedanke ich dir. Nein! Nein. Ey, habt ihr es? Oh, ich weiß nicht. Nein, nicht schon wieder in Cool. Ja, okay. Was? Es gibt auch noch die romantische Musik. Die kommt nicht näher. Hallo. Hä? 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 Wir sind so. Hoppen, essen. Tschüss. Tschüss. Bye. Wie gut machst du das? Dich hat er gut getroffen. So, so. So, und bei Ihnen? Was ist da los? Was ist da los? Ja, ein Hund. Bitte, ein Schwein dahin. Oh, 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 oh. Warte, wir... Nein, 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 nein. Sei lieb, sei fiktig, sei lieb. Wir befehlen jetzt dem Hund, den anderen Hund zu töten. Ehe? Oh, oh, oh. Boah, istá, hallo? Jaa, was sonst? Und derweil packelt die Kaffeemaschine ab, ich seh sie kommen. Guck Bäume, sie hündl trennt, sie hündl trennt. Ein Walgen. Nein. Das ist lustig. Was? Nein, mach was. So gut, ich geh jetzt in die Küche. Ich kann's mir irgendwann mal folgen. Ja, ich verwisse dich einfach ohne anständige Abmoderation. Ja, ja, richtig. Bis später. Ah, schön. Ehh, wirklich hart. Was ist mit der Katze los? Und sie schläft. Ja, der übrigen läuft bei dir. Und? Und? Na? Na? Geht er schlafen? Er geht schlafen. Ja, hat er sich locker, äh, redlich verdient. Es ist auch locker zwei Tage oder länger wach schon. Youtubers live halt. Ähm, den übrigen geht schlafen. Der Ollen geht gut. Die macht so Weiberkram. Kochen, putzen. Und? Hippie Beck packt den Nacktmord aus. Ja, das, äh, mach ich dann beim nächsten Mal. Ah, jetzt, Moment, jetzt guckt sie nicht. Jetzt könnte ich nämlich zu ihrem Charakter hingehen und... Papa? Was machst du? Gar nichts. Fick dich. Fick dich! Fick dich! Hey! Warte kurz. Nein! Ich speichere vorher. Ja, bitte. Der Fürstige, äh, sie hat keine Ahnung davon, was gleich geschehen wird. Bledoblofa! Fridoi, ihr Bramme! Aha. Ah, krezo! Hier, das, mach es. Fuma Kimba. Hä? Nee nee nee, warte, warte. Nee nee nee. Ich hab... ich hab was anderes angeklickt. Da stanz fucking Duck-Zeife geben. Deniz sind die beiden Typen geliebt, oder was? Das nur, weil du die ganze Zeit alle um sich herum anstachelst, wegen deiner elendigen Eigenschaften, dieses komische Kokettsein, ähm, da, Perfiraic, nein, Aphrodite. Äh, ja, genau, wie ich sagte. Ja, und verführerisch wegen deinem Bestreben, weißt du? Ja, ja. Wenn solche Dinge geschehen, das ist deine Schuld. Ja, ja. Ja gut, wir müssen aber nichts heißen. Wir sind noch nicht wirklich in einer romantischen Beziehung, es, äh, kann doch alles gut werden. Wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Und du gehst jetzt, äh, schlafen. Sooo, und somit werden auch wir uns in eine wohlverdiente kleine oder längere Tausende ziehen. Pferdchen. Wir werden, äh, wir werden kochen und wir werden rauchen und, ähm, hm. Ich glaube, ich mach das Stream sogar so lange aus, das ist vielleicht fast besser. Hä? Fast fertig. Was? Fast fertig. Ja. Ja, aber das ist eigentlich auch in den Ofen, etc. 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 Außerdem ist das Fertig, wenn ich dran war. Wie hat das nicht geschnitten? Ah, was hat das? Blöde. Äh, Weiber und Werkzeug, danke. Okay.